um 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 Red Shelds, ach du Scheiße! Pinball! Flittermäuse Pinball! Ich bin nach rechts nach links und wieder nach rechts geflogen in der Luft! Skill! Woah, Fakebox! Alter, bin du über die Fakebox gefangen, jo! Ach du Scheiße, wo steuert mich denn der Scheiße? Du Scheiße, ne? Die kommen aber nicht von mir Keine Ahnung, ob wirklich nur Blush kommt mit zwei Was für Puff! Oh, ey, ich hab noch den Pauke dargestellt, was soll der Scheiß? Ne, keine Wahl, alles auf dich Das Spiel ist voll verhext Und das gäbe ich auch hackt Oh, der Spielfehler, ey Ich hasse MKW Pamela! Und trotzdem spiele ich's Pamela 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 Engine Alamachala Siek! Hier ist ein Scheiße! Hast du? Ich bleib trotzdem noch drin in das VW Sky! Ich auch! Das macht voll Fun! Luke! Ich bin dein Vater! Luke! Lucky Luke! Lucky Luke! Lucky Luke! Hast du mich immer reingezogen? Flo ist gejoint da fürs Yuka raus! F-L-O Hast du früher so genannt mit sich zeißen? Ich find's cool! Er wär Flo in den Roster Dunier? Ne, der kam von Yuka Okay Zumindest hab ich mir das so ausgemalt Weil ich hab den nicht im Roster Weil ich hab den nicht im Roster Ich hab den nicht Ich hab den nicht Ich hab den nicht Ich hab den auch nicht Also kommt er von Yuka So ein Noob hätte ich gar nicht, Alter So ein Noob hätte ich gar nicht, Alter Also hier weder Yuka noch einen anderen Flöster Ne Boah! Der ist einfach von der Flöte Natürlich Flo die Welt ne Lacka bis zu Florian, sind scheiße foi Die kijken dann auf den Kungfu-Kahn wöööööööööööb Iche guck die isso halt auf den Kungfu-Kahn Ah ah! Ich guck die gaffe denn auf den Kungfu-Kahn H mehe Den Kungfu-Kahn quy Physik fare Keine Uh Mir macht das nikle ausge Naval ich jetzt grad mal hin Macht Fun, Mann Was für Wetzel Wetzeln W kad- ich wurde von Luke getötet ich krieg kein Mini-Boost-Stand-Tobo ich habe mich nicht leise hie ja klar kommen Ich hab ein Hack-Proof, Bitch. Ja, Mann. Alle Florian sind Ups, außer ich. Ein Lichtenpilz, okay. Ich hab ein Puff. Nein, Mann! Nein, Mann! Nein! Die scheiß Arme! In Offroad geblitzt, Leute! Oh, Mann! Was für ein Scheißspiel, ey! Wow! Nein, ich hab ein Scheiß-Bullet, ey! Scheiß-Bullet, ey! Ja, Mann! Ja, ich bin letzter, wow! Krass, 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 krass. Hab ja, Maxi! Oh, wow! Das war voll knapp. Ich hab... Piss ich, fix... Mir schobst du beide so Floß. Und jetzt... ... ... ... Oh, Neo, Entschuldigung. Du wolltest mit mir die Wätschel kneifen. Nee, ich wollte es eigentlich gar nicht auf dich werfen. Achso, war mein Instinkt. Achso, okay, passt schon. Hättest du was gesagt, hätte ich das nicht gemacht. Ich konnte so schnell nicht reden. Meine Mutter regt sich schon voll auf. Deine Mutter? Ja. Warum? Weil ich hier so angeblich so ausrüsten würde. Das ist noch normal. Ja. Yuka ist wieder drin. Aloha. Hallo. Aloha. Yuka ist wieder drin. Ich denke, bis ich mein Team fertig habe, brauche ich einen Monat. Scherz. Teamfleisch? Ja. Er, das ist ein Pokémon. Er ist ein Pokémon meint. Ist ein Wochen. Boah, Mieter Mann, Doppel-Wähler. Ich habe noch ein Widerspruch. Er hat auch durch die Lüten, Nü. Geht. So gut ist ja nicht. Ich bin schlecht. Du bist besser als slow. Meinst du? Ja, bin ich. Jo, der Start, der super. Ich sag, ich mach mal 100, damit der ist das jetzt 100 ist. Nee, jetzt Teamplay oder wie? Teamplay, die slow. Okay, wir machen Teamplay, mit Nio. Ich hoffe, bei dem Chaos treffe ich euch nicht versehentlich. Ich sag, du bist die hoch und so und der bleibt einfach stehen. Schuchtel-Spaletti. Ist nur eins. Ja, Furtze. Oh, sorry, Shadow. Ich hab da nur im Rückspiegel so ein Funke groß geschockt. Ist geil. Ach so, Nu bin mir die Wolke gegeben. Ich bin über die Röhre ausgewichen. Geil. Ich hab wieder drei Shrooms auf eins. Habt ihr auf eins? Ja. Jetzt hab ich nur noch zwei Shrooms. Red Shale kommt von Yuka. Wer ist auf drei? Ich. Toll. Okay, dann pass ich auf. Ich hab nämlich drei Reds. Ich hab nur noch eins. Schaumstoff! Ich mach auf. Fliegenklatsche. Fata Mosca. Ich mach auf Fliegenklatsche. Ich hab vier Red Shales auf drei. Pris dieses Item. Falls ein Bluschel kommt, kann ich dodgen. Ne, Blooper war das. Aber falls ein Bluschel kommt. Äh. Man will immer mit den Pauß. Ja. Okay, jetzt wird's. Okay, gut so. Gut so. Ich hab's nicht gedauert. War mein Schaumstoff. Hab dreier Bitschisch. Ist auch noch nicht... Innen nicht direkt. Ne, ich weiß nicht. Du dreh Pilze auf fünf. Mit zwei. Mit zwei. Mit zwei. und das wird rufst ich habe dort aber wir haben r auch für die Stücke der Schauschkopf ich erster auch so gut du bist kein nehmen hab da gleich ist es weiter mit Pils ich habe aber nichts gesagt auch 5 Braskel live ist live Lala 6 x ein Zeck wie auch in der Ruhe bergst aus und mal zwei Prost Mahlzeit. Prost Mahlzeit. Übelster Schaustoffer. Ist gut jetzt, Mann. So, Yuka, diesmal mach ich dich platt, du. 100 oder 150. Au. Oh, die will ich dir, okay. Okay. Leit wo die drin ist. Ich hab nichts gesagt. Lucario, Neo. Lucario. 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 Hm. Hm. Take five, action. Ich hab nichts geh in, aber ich hab' Mönch, ich hab' das Alter, wow. Neu-Von, hey, danke. Loh? Neu-Von, hey, danke. PfeThis. Mua! Stern auf 4, 5, 6, 7... F, L, O! Nicht WK Floh, sondern der andere Floh! Juka ist irgendwie nur ein Mega... Nein! Wer wird nicht von der Ratchet attackiert?! Blöde! Hey! Juka du blöde! Hey Juka! Ruhe! Ich hab keinen Bock mit dir zu kuscheln. Was? Was? Was wollt ihr? Ich hab keinen Bock mit dem Schaustoff. Oh, ich schaffe, ey. Wetterhundschocktiere. Andy verpiss dich jetzt mit deinem Luigi A. Du bist mir wie auf den Winnie gekickt. So, Yuka verpiss dich. Wie ist mal wirst du dich kuscheln? Ich bin mit dir kuscheln. Hast du einen Stern? Nö. Dann nicht. Okay. Wenn wir einen Stern hatten, dann machen wir mal einen Stardance. Okay. Mann! Ficker! Blubber, hier. Mann! Loil Nio, du Arme. Wie mein ich, Mann. Ich hasse ihn nicht. Du bist... Ich halt so. Ich halt auch so. Geist Deutsch von mir. Kommt der letzte zieht der jetzt den Schock da vorne? Der schockt mich groß. Ja. Ja. Ich bin zweiter. Und ich hab noch was gezogen. Weil ich lege meine Feldbox. Ich kann nicht von mir. Was für Luizzi, Luizzi, Mann. Oh, mein... Mann. 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 Warum kriegst du eine Kaka? Leider. Ich hab noch mal fortzudern würde. Latias! Hm? Latias, ja. Ist Xeto überhaupt noch da? Ja. Abgesehen von Eyab und Plendi... Äh... Player und... Genau. Eyab und Plendi, ne? Ist das ein... ziemlich gutes WB. Und ich hab viel Spaß. Ich auch. Vor allen Dingen, weil ich so oft faile. Ich kann nicht aufhören auf das Bild von Oliver Kahn zu gucken. Ey, warte. Du kriegst einen Getritt von mir, Alter. Und vor allen Dingen, dieser Blick, wie der mit dem Fuß auf den Spieler drauf geht, ey. Ja. Geht's in Marios Pisten? Ja. Warte. Ja, guck auf. So, Yuka. Ich bin nicht mal vor dir gewesen. Mal gucken, ob das wiederholt werden kann. Alter, einer wollte mir viel Känguru-Mund. Ja. Ey, ich hab doch auch noch einen Markstab. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Ja, klar, ich lad mich nach vorne und krieg noch jetzt schon auch mal bei der Fiktosa-Wirn. Oh, ja. Hä, voll an und ein. Ja. Aufhör der Andy. Er schützt mir voll in die Frise. Mann, hast du ja kein Gold bist, Mann. So, am Lamm auf Gold. Hab ich meine andere Falle. Das ist das gleiche, Lightning, Yuu. Prozent ach du Scheiße ich krieg den Wildturbo ich krieg den Scheiße guck mal ich bin der verletzte Fanggung dahinten Flo ja noch, da Flo bist du ein? da noch Fluss aber auf einen ich hätte hier Shadrout den Bullet was hab ich? gar nicht hast du Puff? gar nichts was denn, Jo? gar nichts weiß gar nichts ah jetzt bin ich hinter dir Flo nein nein du nimmst unseren Ratscher dazu Jo klar Mann, der hat so schief oh, ich dachte grad die Zufall ist nochmal zu drüben Vierter ich sag sozial was da abgeht ich 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 kann ich auch noch mal drüber in Rom in der Stadt ich meine erlaubt die Kugelschweine dort nehmen wir denn mal nehmen wir doch mal meine Lieblingsstrecke S los keine Ahnung ich mag die Strecke nicht so Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, der japanische Iso. Mann, mir wird ein Bullitt rausgeschoben. Ist ja heute total auch nicht schwer. Oh Mann, ich bekomme so einen Blooper, ey. Ich bekomme so eine Scheiße hier. Das dritte Eis, den man jetzt bekommen müsste, wäre eine Wolke. Dann wäre alles perfekt. Oh Mann, die Juker, die geht mir langsam auf die Nerven. Keine Zentapit, außer ich. Tschüss, Juker. Ich glaube, der japaner hier hat Pali so eine... Kein Item bekommen, ja. Wunderbar. Tschüss, Juker. Boah, der Tauschkiste. Hannery Lacht, hoelle Himself. Hanneryh um es bitte. Mediamarkt. Jukon Advения. Ach-Machada. Was ist an dir-��-an-l cachepf guckt? das ist aber ein schönes Video was für ein Video Mann, was ist denn auch wohl, Kacke? What the fuck, what the fuck Noll, noll Fail, epic fail, alter Epic Kacke, Mann Noll, noll, epic ways Epic, epic fail, alter The Trends were King, alter was so abgegeben Epic fail Das ist ein Schaumstoff, alter Wie sind die Noobs? Ja, bis auf euch beide Ich bin ja größte Noobs Noll Epic Balatama Florentin, du nimmst echt auf? Yeah, Biler Kacke! Ey, Jüte, wenn ihr das hört, ihr seid alle piep Durchsensierung, durchsensierung, hab dich cool wort zentiert Ich war mal Richard hat Heinrich da groß, ja, wie ich doch schon dritter gewesen Lol Floß raus, weil er zu viele Punkte verliert Ja, Mann, das ist derchen ist ja voll der ab Ey, ey Soll ich mal neu suchen? Na, nein Ich Ich verwechsel euch beide jetzt immer Ja Ich verwechsel Flo und Cido immer jetzt irgendwie Warum? What the hell? Äh, ich glaube, ich glaube das Bild von Kahn irritiert mich einfach ein bisschen Pass auf, dann kommt unser Krankentröse seine Eier weg Das Bild ist aber voll nicht echt Doch Doch ist das Das ist total echt, naja, auf jeden Fall Achso, okay, stimmt, der hat ja diesen Kung-Fu-Zug gegen den Ich bin auf Und wer weiß, der lötsch ist Piston Äh Ah, Flo? Ah Wer fährt denn mit Piston Sturm? Ich Richard, Richard fährt und Stuart Wer fährt denn denn mit Funky und mit Bosa Bike? Ist denn mal sowas von eine schlechte Wahl? Hi Stuart! Wie geht's dir? Stuart Stuart Stuart, der ist doch so ein Flugzeugkack da, ne? Ich bin beim SC gestern worden Gesternt Von hinten Oh, jetzt bin ich Sipp da Hi Player Red Shade Luuuu Kannst du otzchen? Wollt ihr euch vorhin noch mit Luigi gefahren? Warum hat er zu haben? Keine Ahnung Mann, ich krieg immer die Wolken Ey, du mit dem Trit aber vom Bild Nio Das ist wirklich echt, ne? Ich geb Video und dass es wirklich passiert, ey Oliver Kahn ist der Beste, Mann Ich hab gedacht, du magst Oliver Kahn nicht Ich mag es wegen das Bild. Wegen das Bild. Manchmal rede ich wie ein Glühspray. Okay, was? Nee, Shadow, du überholst mich nicht. Knapp war es aber. Ja. Äh, etwas verweilt, ey. Windows 7 ist noch verkraft. Ja, ja. Minus 30 Punkte, achten Scheiße. Und guck dir mal den Flo an, der zieht uns alle ab hier. Floschen am Bauer. Nee, ich bin schlecht. Flo. Okay, das war ja auch nur Luigis Piste. Ja, ich hab auch nicht nach vorne gelacht. Ich konnte gerade noch zu meinen Dekromion, als ich hinliefen muss. Niesen? Ja. Ach, tschu! Richard ist gejoint. Ich denke, schon lang dringen wir. Echt? Ja. Welche Stücke kann ich mal wie, ähm... voll kumowalig? Nyaa! Tschu! Naja, sing, ja, naja, 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 naja. Möge der Fluch für immer davon gehen. Ähm, junger Panferno vor der Winde. Guck, ja, naja, 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 naja. die Fieße auch wenn ich gerade bei der geworden sind alle gibt es nur mit dem Weg alle gibt es ja das war auch so und jetzt werde ich zeigen ob der Volk auf die Städte Zufall war oder ob Reiner Kiel war hat die Maske gesagt und was wird sich aber man kann und bei der alten Box ich habe auch keine er hat das von mir eine ich bin klar auf die Kampagne auf mich auf jeden Fall ist gut die Leute Juker Teil es ist sie war ich auch so wie drückt die gezogen der Wolken der Epo das war auch sehr mann der Flur noch er hat sich geschehen jetzt noch und hoffnungen noch und er hat das wird von meiner absicht geht es ist mit diesem das kann die meine Wut aus Prozent sie hat das schenken schicken mit Schinkenburg schicken ab jetzt wird was für mich mit ihm gut wie b mal hallo haben wir mal nachher haben Prozent erneut die Welt wird er bei YouTube sagt man das hängt hier oder ist das frei Nessun ist doch sendet werden mit wird schon nach vorne da steckt ein Ding ein Mann ist die Gürtel ja ich bin übernommen das habe ich nur gemacht habe ich bin die Bananen der Ketik Jürgen er hat wohl alle Eppie ihr war bei Pien Ketik Wapp auf Lopapow eine Stolz- und Stolz-Tolz-Ausse wie die Mann Alta was hat er und er hat sich zu den Dönergelt wieder haben und was hat Dönergelt Ich guck mir Busta Wim Sprigke ja neck an, Alter. Sagen voll viel Nigger. Vierter. Dritter. Schmerz. Der Schock. Ey. 9500 genau. Wie bitte? Genau. Okay. Oh, ihr stinkt, ey. Dir keinen Ablass. Stuart, Andy und Richard. Stuart ist. Ich könnte mal nochmal fahren. Ich werde geschnitten, wo weiter? Schikane. Schikane ist kacke. Bin ich schon lange nicht mehr geworden. Scheiß die Karte. Die ist kacke. Die scheiße. Gebt die Klappe, Flo. Die Franzosen. Bonjour, mademoiselle. Parisa. Was für Eifeldom. Was für Eifeldom. Paris, Ike Dome. Ach, sorry, Junge. Kumuweide. Kumuweide. Kumu. An was erinnert dich denn hier diese Strecke, Flo? An Kühe. An einem Bauernhof. Ja, aus Freemag. Stimmt, da war ich letztens auf einem Bauernhof. Echt denn? Ja. Gab's da auch viele Kühe? Ja. Ah, geil. Hättest du mal dein Beigen rausführen müssen, dann hätten wir aufnehmen müssen, wie du da rumfährst. Eine Kuh kann fahren. Die schubst mich an das Offroad hier. Ja, hier, ich weiß, fliegende Banana. Du Schell fliegt schon, ne, ne. Das hat mich so auch gewundert. Ja, ich auch. Man, ja, so eine Daisy-Kack-Analratte hat mich weggeknallt. So, so, Vorsicht, Flo? Ich treu es. Er wird bloß. Ja, ich war ein Stern. Boxen, ein Stern, der einen Namen trägt, und der Schock der Himmler. Natürlich bekomme ich wieder kein Item, ehrlich. Ein sexy, I will know it. Mann, warum kriegt ein Schock, hör, kein Schock. Ah, okay. Entschuldigung. Das, keine, komm vor. Hallo, Andy. Hallo, du bist du noch mal Windschatten, Andy, bist du gerade oder was? Wow, wow. Typisch Andy, Typisch Andy, ich bin die Kuh, ich bin Andy, ich bin 15 Jahre alt, ich mach so eine Scheiße wie deine Mutter am, wer, deine Leute. Ich kann kein MKW fahren, deswegen will ich auch vor dem U. Na. Hitler ist nur. Mann, nein, nein, nein. Ich habe den Dankeschön. Danke. Haben Sie vertreten? Nein, nicht. Ich denke, die bin ich ausgewischt und habe hinter mir eine Green Shell reingeknallt, sodass ich der Dritte wurde. Dankeschön. Danke. Der hinter mir hatte nämlich Pilze und so bin ich noch gezieht. Lieblingsdritte geworden. Bei mir steht rausgehen oder ist so Home-Menü gehen. Ich gehe mal Home-Menü. Yes. Noll, Jukka. Ich meine... Kahn, die Bayern! wegschnütteln. Ist gut. Kette, hör auf. Flo ist hyperaktiv. Boxy, tu's gut jetzt. Du weißt. So. Pitsch, Pitsch. Ja, Pitsch, Pitsch. Man nimmt die Strecke. Auch. Auch. Ja, Schei-Gei-Strand. Ja, was? Vor allem am letzten Schub nicht groß. Nein! Nein! Na. Fito! Ah, da werden die Pitsch-Pitsch gewählt. Krass. Ich, ich soll mich lachen. Ich, du weißt. Oh, schön, ich bin auf drei mit drei Pilzen. Bullen auf sieben ok ich denke ich jetzt schon kommen seit einem Bullen einfach mal gut und gut gut schwein er hat auch bananen die kommt die blöcke von mir noch da ankommen oder der Wolke geil die jungen und landen und schafften durchgetriggert die jungen das war auch ab jetzt alles mit dem arsch schrecklich ja die schräg ist eigentlich geil aber schock ja geht auf die genauer auf die oh ab oh man ich will noch mal schreiberstrahlen Prozent jetzt so lange das einmal einzeln wenn du mal schreit das Teil der Pizzi-Pizwollte ich bin er bin ich halte ich kann wenn ich habe hier mit Frankreich an das meinte der Kreis zu großen Lackheit ist es gut Prozent 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 Arthel im Raum Tadelsen Arthel und Jahrhundert der Teil der Zielserschiede es nicht am besten Prozent die Kussmutter die großmutter von mark hat wie ich gestorben mein schreck wird reingekommen ich habe extra gewinnt ich will so lange das einmal ich Alter, Yuka. Alter, Yuka, Yuka, Yuka. Oh Gott, mit Schock. Oh nein, nicht die Rachel, nicht die Rachel, nicht die Rachel, nicht die Rachel. Oh Mann! Oh, ich hole mir gleich eine Milchschnitte. Kurzaufgaben. Oh, ich esse gerade eine. Nimm mal. Oh nein, nein, nein! Und ich will nochmal Piz, Piz. Oh, bloß nicht nochmal. Ich will CCM? Die Spiegel. Okay. Ich habe Bock, Piz, Piz zu wählen kann auch. Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Morgen nicht. Stimmt auch wieder. Oh, ne. So, ich bin gerade Eis geworden. Kann wegziehen. Okay. Oh, ich bin mal nicht in dieses Ding gerast. Nein! Diese Bobonnen! Oh Mann, ich hasse MKW. Die wollen aber übrigens von mir. Ach so! Na dann komme ich jetzt aber mal ganz schnell wieder nach vorne, Miu. Hvertzend. Nein! Oh, ich bin Goldschuh 9. in Goldschuh 5! Otoi, Halt! Neiii! Oh, das ist ein Shredder… Da ist ein Shredder schon! Schau, bin ich da! HTwKid ist es weg. Scheiße! Oh Mann, der Blutball, der verspätft mich hier die Sicht ey! Hey, du scheiß Tintenfisch. Das ist ein Blupocker. Bluschel. Extra gegen Pingwing gefahren. Oh, ab in den Kopf. So.